Hey, Haukartoffeln! Ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Ja, ich weiß, es ist lange her, seitdem ihr das letzte Mal diesen Satz gehört habt. Es ist auch lange nichts mehr rausgekommen und gleichzeitig zum Animal Crossing Update im August kam halt damals Reddit Online raus. Und leider konnte ich da nur meinen Fokus auf einem Spiel haben. Deswegen ist Animal Crossing etwas zu kurz gekommen. Aber jetzt am 30.09. geht's endlich weiter. Den ganzen Oktober über haben wir das Halloween Event. Bis zum 31. Oktober, wo dann wirklich Halloween ist. Und der Trailer dazu ist gestern gedroppt. Den gucken wir uns einmal zusammen an. Erstmal ein grober Überblick, was alles neu dazukommen wird. Und danach noch eine Detailanalyse von ein paar Dingen, die euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sind. Neben den Bonbons kann man sich nämlich hier ein paar Kürbissamen kaufen. Und ja, damit ist bestätigt, der Gemüseanbau kommt endlich ins Spiel. Mein tatsächlich meist erwartetes Feature direkt nach Koffi und seinem Kaffee. Aber das hier wird richtig cool. Eigene Kürbisse pflanzen, momentan nur Kürbisse. Aber ich bin mir sicher, da kommt noch mehr hinzu. Daraus kann man dann wiederum was basteln. Und es gibt natürlich eine Menge neue Halloween Outfits. Sogar die Möglichkeit, neben den Klamotten auch seine Hautfarbe Halloween-mäßig anzupassen. Auch das ganze Rathaus wurde optisch verändert. Natürlich zu Halloween Season angepasst. Und Jakob ist natürlich auch am Start. Der Prinz von Halloween. Noch dazu neue Emotes, wie ihr hier sehen könnt. Auch neue Kleidungsstücke für die Bewohner. Wie zum Beispiel die kleinen Hörnchen hier. Und auch die Möglichkeit, Süßigkeiten an diese Bewohner zu verteilen. Und tatsächlich, da kommen wir auch schon zu der Möglichkeit, dass man jetzt sein Nuckling-Phone auch noch für andere Sachen als für Designs verwenden kann. Nämlich für die Möglichkeit, direkt vom Handy aus Emotes zu machen. Und dafür nicht mehr ins Emote-Rad zu müssen. Und das große Ding natürlich, Ende November kommt dann ein neues kostenloses Update. Und hier haben wir schon das Rentier gesehen und den Truthahn. Was darauf deuten könnte, dass endlich mal ein bisschen mehr als nur der Kürbis-Anbau im Spiel kommt. Sondern tatsächlich richtiges Kochen. Und natürlich ein Winter-Update. Ganz klar, den ganzen Dezember über gibt es dann das Weihnachts-Special bis zum 24. Aber erstmal reden wir natürlich noch über das Halloween-Update. Und hier werde ich das Ganze mal verlangsamen, damit wir wirklich die ganzen Details mitbekommen. Hier sehen wir nämlich schon eine Menge Halloween-Möbel. Unten rechts sehen wir die drei Kürbisse übereinander gestapelt. In der Mitte den großen Kürbistorbogen. Links neben dem Grab sehen wir eine Kürbislaterne. Oben links dann nochmal die drei Kürbisse. Außerdem neue Zäune, die aus Metall gefertigt wurden. Und die dann so einen kleinen Kürbis formen in ihrer Mitte. Und rechts haben wir noch so eine Kürbis-Vogelscheuche. Die wir im Übrigen auch anscheinend bei Nepp und Schlepp kaufen können. Diese saisonalen Items sind ja nichts Neues. Die gab es ja auch schon im Sommer. Aber diesmal sind anscheinend auch craftbare Gegenstände mit dabei. Zumindest hat das dann anscheinend, dass man diese Vogelscheuche alternativ auch craften könnte. Was man sicher nur kaufen kann, das sind die Bonbons für 120 Sternis jeweils. Aber nur einzeln. Oh Mann, da tut der Daumen weh vom ganzen A-Drücken. Ja, leider jedes einzelnen Kaufen für 120 Sternis. Das wird eine ganze Weile dauern. Daneben sehen wir allerdings schon den ersten Gemüsesamen. Ja, momentan sind es tatsächlich nur die Kürbisse, die man pflanzen kann. Aber das wird nur der erste Schritt sein, sage ich euch. Die Kürbisse kommen hier in anscheinend vier verschiedenen Farbvariationen. Weiß, Gelb, Orange und Grün. Und auch in jeweils verschiedenen Stufen sehen wir die hier. Ich weiß noch nicht sicher, ob man die wirklich hier gießen muss, damit die schneller wachsen. Aber es wird die erste Stufe geben. Da sehen wir schon direkt, wo die Figur drauf steht. Ist quasi nur dieses Bündel Gras. Daneben rechts haben wir so einen kleinen grünen Fleck. Also quasi die zweite Stufe. Dann haben wir den großen Kürbis als einzelnes. Dann die zwei Kürbisse nebeneinander. Und dann die drei Kürbisse. Also wird unterschiedliche Stufen geben. Und wahrscheinlich kann man dann auch den einzelnen Kürbis nehmen. Oder die zwei, wo man noch ein bisschen länger wartet. Oder drei auf einmal. Und die wird man dann eben auch nehmen können, um Sachen zu craften. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sich die Farbe der Kürbisse dann auch auf die Farbe der Möbel auswirkt. Und aufgestellt wurde hier nochmal eine Kürbislampe. Dann hier nochmal die Kürbisvogelscheuche auf den Stallbahren. Sehen wir dann nochmal diese Kürbispicknickdecke. Oben auf dem Fass nochmal eine einzelne Kürbislaterne, die geschnitzt wurde. Und hinter der Bergbank nochmal einen größeren Kürbis. Und hier sehen wir auch neue Klamotten, die natürlich Halloween-mäßig passen. Die Hexenkleider. Gleich bei den Bewohnern, neben dem Rathaus, werden wir übrigens noch weitere Klamotten finden. Hier sehen wir übrigens auch die neuen Schuhe, so Bauernschuhe. Und natürlich die Möglichkeit, dass man seinen Charakter optisch verändern kann. Auch von der Hautfarbe her. So ein bisschen Zombie-mäßig oder Manikam-mäßig kann man den dann eben anpassen. Bleich wie ein Vampir kann er auch sein. Und auch unterschiedliche, unnatürliche Hausfarben. Genau. Augenfarben. Hausfarben vielleicht auch, wer weiß. Und was wir hier ebenfalls sehen, sind die kleinen Teufelshörner auf dem Kopf, die natürlich perfekt zu jedem Halloween-Outfit passen und deswegen auch von jedem Bewohner getragen werden während dieser Zeit. Das sehen wir hier auch. Ganz schön, das Rathaus wurde geschmückt und die ganzen Bewohner haben sich festlich angezogen. Hier sind tatsächlich auch die Klamotten allesamt neu, so wie ich sehen kann. Das orangene Top der Katze. Das schwarze Outfit vom Elefant. Und auch der rote Pulli vom Hundi. Sorry übrigens, dass ich die ganzen Namen nicht mehr weiß. Das ist einfach schon zu lang her. Und gleich, wenn wir noch auf den Charakter ranzoomen, werden wir auch kleine Fledermausflügel erkennen, die an sich nicht zum Halloween-Outfit gehören. Also nicht zu dem Hexenkleid. Von dem her kann man sich die wahrscheinlich auch nochmal extra kaufen. Süßes oder saures? Ja, Jakob, der Prinz von Halloween, wird ebenfalls am Start sein. In den alten, vergangenen Spielen war es immer so, dass der über mehrere Tage hinweg gekommen ist. Immer so nachts natürlich, was auch zu seiner Person abpasst. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann immer zum Wochenende war oder wirklich an jedem Tag. Hier im Trailer war allerdings nur von einem einzigen Tag die Rede. Vom 31. Oktober, wo er zwischen 17 und 0 Uhr erscheinen soll. Ich hoffe trotzdem, dass wir da noch ein paar mehr Erlebnisse mit ihm haben werden. Wir haben ja das zweite neue E-Mode auch noch gesehen. Und hier Victor nochmal, der uns nach einer Süßigkeit fragt. Und die können wir ihm geben. Hoffentlich im Austausch dann gegen neue Möbel, Klamotten oder vielleicht sogar Rezepte, die dann zu Halloween-Season passen. Ja, das war so ziemlich alles Neues, was wir aus dem Trailer ziehen konnten. Ich hoffe, es war noch das eine oder andere Detail neu für euch dabei. Natürlich dann das Spannende, dass man nicht nur sein Handy verbinden kann mit Nukeling. Das ist eher so eine Kleinigkeit. Und ich habe nicht unbedingt Bock, die ganze Zeit mein Handy neben der Switch offen zu haben. Aber natürlich dann das nächste Update Ende November dann, was perfekt natürlich in die Winterzeit überführen wird. Und wo wir dann hoffentlich auch die Möglichkeit haben werden, tatsächlich Essen anzubauen und damit auch richtig zu kochen. Also Essen zu craften quasi. Bin ich schon sehr gespannt. Würde auf jeden Fall passen zu den beiden Charakteren, die da angeteast wurden. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle erstmal. Ich hoffe, ihr seid mir dann wieder wohl gesonnen. Ende September da. Anfang Oktober wird es dann wieder abgehen mit ein paar Animal Crossing Videos auf jeden Fall. Da ist auch bei Reddit gerade nicht mehr so viel los. Deswegen passt das zeitlich perfekt. Ich verabschiede mich erstmal. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. United Potatoes. United Potatoes. 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 United Potatoes.